Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCat-Tutorial, KiCat 5.1.2. Einer meiner Kanalabonnenten hat mir also diese Leiterplatte zur Verfügung gestellt oder geschickt. Und zwar hat er folgendes gemacht, das handelt sich hier um eine Freihandzeichnung, das heißt es gibt keinen Schaltplan dazu, sondern er hat diese Platine freihand gezeichnet, das kann man machen, bei wenigen Bauteilen oder wenigen Durchkontaktierungen kann man sowas machen. Wer natürlich viele Bauelemente platzieren muss und kompliziertere Schaltungen realisieren möchte, der sollte natürlich vorher einen Schaltplan erstellen, aber wie gesagt hier bei so einer relativ einfachen Platine geht das auch ohne, man kann es also freihand zeichnen und das sehen wir jetzt hier im Bild. Und er hat das dann entsprechend als Gerber-Format exportiert und wollte das zu einem Platinenhersteller hochladen. Und beim Hochladen wird also bei diesem Platinenhersteller die Platine nochmal aus den Gerber-Files grafisch dargestellt. Und ich habe auch den Screenshot dazu, sieht furchtbar aus, hier sind also alle möglichen Leiterbahnenkreuz da quer über die Platine verteilt und es sieht definitiv nicht so aus, wie es hier gezeichnet ist. Woran das jetzt im Einzelnen liegt, kann ich so nicht sagen. Ich habe dann folgendes gemacht, ich habe also selbst auch nochmal diese Platine als Gerber-File exportiert, habe es nochmal zum gleichen Platinenhersteller hochgeladen und siehe da, die Platine wurde dort auch dargestellt und sie wurde genauso dargestellt, wie sie hier gezeichnet ist. Also kann es eigentlich nur irgendwo an den Einstellungen liegen und deswegen möchte ich euch nochmal heute meine Einstellungen alle zeigen. Die könnt ihr nochmal vergleichen, sollte bei euch auch mal ein Problem auftauchen, egal ob jetzt hier bei so einer Freihandzeichnung oder bei einer richtig designten Platine, wenn ihr die irgendwo zu einem Platinenhersteller hochladet und ihr kriegt die da nochmal grafisch angezeigt und es gibt da Probleme, dann kann man da vielleicht anhand dieses Videos nochmal vergleichen. Und deshalb möchte ich jetzt hier gleich einsteigen. Wenn wir also so eine Platine fertig haben, ganz wichtig, immer DRC-Check durchführen, dass keine Fehler auftauchen, ganz klar. Und als nächster Schritt, wenn das dann passiert ist, gehen wir hier auf Plotten. Und wenn wir hier im Bereich Plotten sind, müssen wir hier oben ganz wichtig einstellen, Gerber-Format. Dann müssen wir hier das Ausgabeverzeichnis einstellen. Bei mir ist das hier KeyCat-Gerber. Und wenn ich jetzt hier auf Öffnen gehe, fragt er mich hier noch Artig, möchte ich einen relativen Link? Ja, machen wir. Und dann steht hier auch der richtige Ausgabeordner drin. Und ganz wichtig jetzt hier für das Erstellen einer, sag ich mal, Standard-Platine, das ist hier F-Kupfer, also Oberseite-Kupfer, Unterseite-Kupfer. Bei vier- oder mehrlagigen Platinen natürlich dann auch die inneren Kupferlagen, die müssen angewählt sein. Das sind jetzt hier zwei Klebstoff-Layers. Das heißt, wenn man SMD-Bauteile vorher auf die Platine kleben möchte, um dann zum Beispiel in so einem Löt-Schwallbad diese Bauelemente zu löten, werden die vorher angeklebt. Ich denke mal, das dürfte hier die wenigsten im Kanal als Abonnenten betreffen. Braucht man nicht unbedingt. Wer sowas braucht, muss natürlich den Haken setzen. F-Paste, also Oberseite-Paste und Unterseite-Paste, das ist eine Schablone. Das ist ganz wichtig, wer zum Beispiel SMD-Platinen produzieren lässt und diese dann anschließend auch in so einem Lötbad bestücken möchte oder verlöten möchte, der benötigt im Prinzip so eine SMD-Schablone. Die kann man sich beim Herstellungsprozess mit anfertigen lassen. Und die legt man dann auf die Platine auf und dann kann man seine Lötpaste quasi da drüber streichen, wie so ein Siebdruckverfahren. Und dann werden automatisch alle Pads mit Paste bestrichen und ich kann dann meine Bauteile positionieren und die dann im Infrarotofen direkt komplett verlöten lassen. Auch das, sage ich mal, für den Normalverbraucher nicht zwingend wichtig, sollte man aber hier mal mit angewählt lassen, ist die Standardeinstellung von KeyCAD. Gut, dann haben wir hier natürlich den Bestückungsdruck oben und unten, das ist auf alle Fälle ganz wichtig. Dann die Lötstopp-Maske, auch das ganz wichtig, ansonsten könnt ihr nicht löten. Das ist also die Freistellung der Kupferflächen, die man benötigt, um dann auch bei ganz normalen Standardbauelementen durch betrateten Bauelementen löten zu können. Die muss also dabei sein. Dann Drawings-User, Commands-User, Echo 1 und 2, das sind User-Layer. Die werden eigentlich für den Herstellungsprozess nicht benötigt, also kann man die hier auch rauslassen. Das denke ich mal, wenn man sowas braucht, das sind Spezialfälle. Aber wie gesagt, für den normalen Platinenhersteller nicht vonnöten. Dann Edge-Cuts, ganz klar, die ist wichtig, denn irgendwo muss ja der Hersteller wissen, wie die Platine mal aussehen soll. Und hier unten die Umrisse und F-Fab, auch die kann man im Prinzip aus den Standardeinstellungen rauslassen. Die sind für die Produktion jetzt als solches nicht nötig. Wer es denn braucht in irgendwelchen Spezialfällen, sollte dann natürlich hier den Haken setzen. So, dann haben wir hier Plotte-Footprint-Werte, Plotte-Footprint-Referenzen. Dann hier die Platinenumrisslage, nicht in andere Lagen plotten. Ausschluss der Pets im Siebdruck. Auch hier kann man sich nochmal, kriegt man hier so einen Taser-Text, den kann man sich mal durchlesen und entsprechend die Haken setzen. Das sind also im Prinzip die Original-Standardeinstellungen von KeyCAD. Die habe ich einfach so gelassen. Da habe ich auch bisher noch nie irgendwas dran geändert und das hat immer funktioniert. So, dann Prüfung der Kupferflächen. Das ist okay, den Haken sollte man lassen. Koordinatenformat 4.6 Einheit Millimeter. Die sollte man auch so drin lassen, also hier nicht die für 5 anwählen, sondern 4.6. Und hier Gerberoptionen habe ich alle so freigelassen. Das sind im Prinzip die Grundeinstellungen nach der Installation. Dann haben wir hier unten Bohrdateien erzeugen. Ganz wichtig, da haben wir hier einmal Exelon. Dann benutze Routing-Kommando, empfohlene Methode. Bohrlochursprung absolut in Millimetern. Es ginge auch die Hilfsachse, das hatte ich schon mal im Video gezeigt, wenn man hier sich so einen Hilfspunkt setzt. Ginge das auch. Habe ich zwar so noch nie für den Herstellungsprozess beim Chinesen um die Ecke probiert. Ich lasse hier immer also absolut Millimeter, Dezimalformat. Und ganz wichtig hier Bohrplan, Dateiformat, Gerber. Auch diese Einstellungen hier, die Standardeinstellungen. So, und dann kann ich entsprechend auf Bohrdatei generieren gehen. Und auch hier auf Plotten. Und wir sehen hier auch, das sollte man auch mal prüfen, ob nicht hier irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen. Dann ist da irgendwas schiefgelaufen beim Exportieren von diesem Gaborformat. Und ja, ich kann dann auch zusätzlich nochmal hier unten den DRC checken. Wenn also hier oben irgendwas rot oder gelb für Warnungen auftaucht, sollte man vielleicht mal hier den DRC-Check durchlaufen lassen und nochmal prüfen. So, das wäre dazu. Dann haben wir jetzt hier nochmal die normalen Einstellungen. Hier über Steuerung und Komma. Kommen wir hier in die Einstellungen. Und da haben wir hier also das automatische Speichern alle zwei Minuten. Dann hier Grafikbeschleunigung, Alternativmodus, kein Anti-Aliasing. Die Einstellungen für den Editor und für den PDF-Betrachter. Icon-Skalierung habe ich hier alles im Prinzip auf den Standardeinstellungen gelassen, wie sie von der KiCat-Installation vorgegeben werden. So, Tastaturbefehle sind uninteressant. Dann haben wir hier PCB New. Da habe ich hier also kathesische Koordinaten, Millimeter. Und hier ganz wichtig, das habe ich geändert. Rechts magnetische Punkte beim Anlegen von Leiterbahnen und hier auch bei diesen beiden Punkten zweimal beim Anlegen von Leiterbahnen. Und Grafik anpassen. Ja, das ist dieser moderne Grafikmodus. So, dann bevorzugte Auswahl zum Ziehen. Rotationswinkel 90 Grad. Und hier drüben alle vier Haken hier beim Regelwerk für Routing-Optionen. Dann Anzeige-Optionen. Gut, das dürfte mit dem Plotten nicht im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Dennoch, ich habe jetzt mal hier die Rasterpunkte und so weiter gesetzt. Aber wie gesagt, das hat eigentlich nichts mit dem Routing oder mit dem Export in Gerber zu tun. Ich zeige es hier trotzdem nochmal. Wer das möchte, kann hier gerne nochmal die Einstellungen gleicher Art treffen. Ich gehe aber davon aus, dass es mit dem Export von Gerber nichts zu tun hat. Und hier bei Plugins ist hier nichts weiter drin. So, was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas? Pfade? Na gut, die Pfade funktionieren oder funktionieren nicht? Nö. Ansonsten hier eigentlich nichts weiter an Einstellungen, wo ich jetzt noch hinzeigen müsste, um da irgendwas einzustellen. Gucken wir hier nochmal in die Lagen. Gut, das ist jetzt zwei Kupferlagen, Bauteile ober-unterseite. Das sind auch die Standardeinstellungen. Hier könnte man nochmal schauen, dass nichts schief läuft. In dem Fall bei einer zweilagigen Platine nochmal hier auf Mix zu gehen bei beiden Einstellungen. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass auch Strom- und Spannungsleiterbahnen automatisch geroutet werden. Das könnte man hier noch mit einstellen, sicherheitshalber. Und damit wäre das eigentlich schon soweit durch. Natürlich, ja, die Text- und Grafikeinstellungen, gut, das sind die Standardeinstellungen, wer hier Anpassungen vornehmen muss oder so will, hat eigentlich auch nichts mit dem Java-Export zu tun. Gut, die Designregeln, überlappende Sperrbereiche verbieten, das sollte man natürlich auf alle Fälle angehakt lassen, um nicht in die Bredouille zu kommen, dass sich am Ende auf einer Platine Bauteile überlappen. Ja, das sind hier auch die Standardeinstellungen. Netztlassen, da haben wir schon genügend Videos dazu gemacht, wie sie eingestellt werden. Auch das hat für den Leiter- oder für den Java-Export im Prinzip keine Maßgabe, weil das wird ja dann automatisch aus dem PCB heraus exportiert. So, hier sind wir noch bei Leiterbahn-Ducos, da sind noch ein paar Einstellungen, die kann man treffen und kann sich hier entsprechende Leiterbahnen zeichnen. Für so eine Freihandzeichnung ist das auch nötig und mit der Art Einstellung kann man das machen. Aber wie gesagt, hat auch mit den Java-Dateien nichts zu tun. So, naja, Abstand, Lötstopp, Maske, auch das hier sind die Standardeinstellungen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Also dann bitte aufpassen, ihr könnt jetzt hier anhand dieses Videos nochmal eure Einstellungen vergleichen. Wer solche Probleme hat mit dem Export von Java-Dateien zum Chinesen um die Ecke oder zum Chinesen des Vertrauens, der kann jetzt hier nochmal vergleichen. Und im Zweifel müsst ihr mir halt mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht kann ich dann doch nochmal das eine oder andere richten. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.